Markus, starkes Rennen vom ganzen Team. Endlich hat es geklappt. Ja, es war ein ganz wichtiger Sieg heute. Peter war so oft nah dran, hatte zum Teil auch Pech die letzten Wochen. Heute hat er gewonnen, das gibt der Mannschaft viel selbst daran. Ihr wart eigentlich immer im Bilde. War das auch so die Strategie, immer zu gucken, immer dabei zu sein? Ja, wir wollten das Rennen jetzt nicht selber in die Hand nehmen, aber trotzdem halt immer vorne dabei sein, um reagieren zu können. Und ich denke, das ist uns gelungen. Wir sind alle gut gefahren, haben uns in Position gehalten. Und ich denke, Peter hat eine gute Mannschaftsleistung mit einem Sieg gegründet. Das Wotermark-Hemme ist immer die Entscheidung da. Da trennt sich die Gruppe meistens. Es war eine starke Gruppe, alle Favoriten waren drin. Von daher war es halt schwierig, dass die Gruppe von hinten wieder zurückkommt. Und wir haben halt versucht, immer die Gruppe ein bisschen am Laufen zu halten. Und meint, war eine gute Taktik. Letzte Frage. Es gab die Szene, da hast du dich mit Peter besprochen. Jetzt hier, keine Ahnung, Acht vor Ziel oder sowas. Was habt ihr da gesprochen? Ja, ich habe halt gesehen, dass Viviano und Modulo halt nur hinten drauf liegen. Und ich hatte den Eindruck, dass Peter halt wieder ein bisschen zu viel macht in der Gruppe. Und da habe ich gesagt, er soll halt weniger arbeiten. Ich mache das alles und dass er sich für einen Sprint schont. Vielen Dank, Markus. Nein, beeindruckt. Vielen Dank. Vielen Dank. Bittecir Verbren залbiere.